Was ist das? Du wirst an der Juliet vorspielen, das ist die Decke. Wenn du sie jeden Abend siehst, ist es nicht mehr so beängstigend, wenn du dort bist. Wisst ihr, wie das ist, wenn man jemanden kennenlernt und er ist genauso, wie er sein sollte? So war Adam. Ich, er nicht. Adam ist hier. Passt auf euch auf, Leute, bei der Symphonie soll es ziemlich wild zugeben. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mein ganzes Leben durcheinanderbringst? Du kannst dich nicht für immer im Probenraum verstecken. Es ist zu spät. Bis gleich. Ist es nicht Wahnsinn, wie dein Leben innerhalb einer Sekunde ein vollkommen anderes werden kann? Und einfach so... Mom, dann sterbe ich. Ich verrate dir was, Kleine. Ob du lebst oder stirbst, das hängt nur von dir ab. Das Mädchen wird als Weise aufwachen, falls es aufwacht. Was soll ich nur tun? Manchmal kriegst du Entscheidungen im Leben. Und manchmal wird für dich entschieden. Gefalle ich dir so besser? Die, die du jetzt bist, ist dieselbe, in die ich gestern verliebt war. Du hast immer noch eine Familie. Warum ich? Das Leben ist ein einziges nerviges Durcheinander. Aber das ist auch das Schöne daran. Ich bin noch hier. Und ich bin wahnsinnig in dich verliebt. Bitte, bleib.